Ein leistungsstarkes Metallbau- und Blechbearbeitungsunternehmen in Berlin, Dieringer. Das Familienunternehmen ist spezialisiert auf Metallfassaden, Metalldächer und viele weitere Teile und Produkte aus der Blechbearbeitung. Ein breit aufgestelltes Know-how zeichnet Dieringer durch seine qualifizierten Mitarbeiter aus. Wir planen selber im Haus, wir haben eigene Ingenieure, die zusammen mit den Konstrukteuren und Programmierern, technischen Zeichnerinnen Produkte entwickeln und Kundenwünsche umsetzen. Die Kunden kommen aus dem Umkreis ebenso wie aus dem gesamten Bundesgebiet. Es sind halt auch so Firmen, die so ein bisschen aus dem Hintergrund kommen, wo wir auch stark sind, aus dem Fassadenbau, viel aus dem Stahlbau, die halt dann Blechteile brauchen für ihre Konstruktionen als Anschweißteile oder sie bauen selbst die Fenster. Wir liefern dazu eine, komplett mit Montage, eine Metallfassade hinterlüftet als Kaltfassade oder das Dach, die Fensterbänke, Attikaabdeckung etc. Die hohe Technisierung des Unternehmens stellt einen großen Vorteil für die Kunden dar. Das automatisierte Lager von Dieringer ist ein Highlight. Wir haben ein automatisiertes Lager, in dem wir 20 Keuls lagern mit unterschiedlichsten Materialien, die wir auf Kundenwünsche mit speziellen Längen verschnittoptimiert abkeulen können und so sehr schnell und effizient liefern. Sonderangefertigte Maschinen sind ebenfalls eine Spezialität, um auch ausgefallenen Kundenwünschen kosteneffizient gerecht werden zu können. Bei uns stehen besondere Maschinen. Wir können unglaublich lange Teile abkanten bis 13,20 Meter. Wir können enge Radien herstellen, besonders hohe U-Kantungen herstellen, haben sehr, sehr schnelle Stanzmaschinen, Laser, großformatig, zweimal 6 Meter bis 20 Millimeter Stahl. Wir können selber abkeulen, halten beschichtete Farbleche vor, sodass wir unglaublich schnell liefern können. Dieringers Lasertechnik ist etwas Besonderes und überzeugt durch Größe, Qualität und Geschwindigkeit. Das sind Überformate, zweimal 6 Meter, Tafeln können wir dort bearbeiten. Das bedeutet, das Teilpferd in die Maschine wird gelasert mit einem 4000 Watt Laser bis 20 Millimeter Stärke. Auf der anderen Seite werden die Teile entnommen, werden neue Teile aufgelegt, der Laser kann die ganze Zeit durchlaufen, dann wechseln die Tische und dann wird weiter gelasert. Stolz ist das Unternehmen, mit dem Projekt M60 im aktuellen Schyko-Kalender vertreten zu sein. Ebenfalls innovativ ist die Möglichkeit des eigenen 3D-Drucks. So können Kunden schon im Vorfeld zusätzlich zur Zeichnung Teile in Augenschein nehmen. Eine spezielle Softwarelösung bildet das Herzstück in der digitalen Kommunikation. In allen Abteilungen arbeitet diese Hand in Hand und gewährleistet so reibungslose Abläufe und hohe Geschwindigkeit. Es ist wichtig, dass wir schnell unsere Teile liefern können. Und daraufhin ist alles in diesem Betrieb ausgerichtet auf schnelle Reaktionsmöglichkeiten. Und dazu brauchen wir natürlich auch eine Software, die das Ganze unterstützt. Der Mitarbeiter an der Maschine kriegt einen Auftrag über fünf Teile, dann muss er danach einen über 6000 Teile machen. Und das alles muss vernünftig mit einer Software abgebildet werden können und unterstützt. Wir haben einen Softwareanbieter gefunden, der die Sprache der Branche spricht, der ein Team hat, was nicht zu groß ist, sodass man noch direkte Ansprechpartner hat und der uns versteht und die Lösung für uns anpasst. Die Softwarelösung kommt von Netsoft, einem Spezialisten im Metallbau. Alle Daten von Angebot über Produktion bis Auslieferung werden zentral erfasst und gespeichert und gewährleisten so den bestmöglichen Workflow, den Dieringer für die hochqualitative Arbeit benötigt. Wir identifizieren uns sehr stark mit den Teilen, die wir produzieren. Wir legen unser Herzblut hinein und wenn ein Kunde zu uns ankommt und er möchte einen Teil haben, dann optimieren wir es zusammen mit ihm. Wir schaffen ein schönes Ergebnis, wo beide Seiten damit zufrieden sein können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 kk